Eliminiere Spieler, um deine Waffen aufzu... Nochmal nicht. Vorspann, danke. Elimi... Eliminiere Spieler, um deine Waffen aufzurüsten. In dieser Variante vom Battle Royale geht es an... Wir lassen es einfach. Ich kann nicht lesen, sorry. Bessere Waffen, die auf der Karte und den Drohnen gespawnt werden, haben den gewöhnlich Häufigkeitsgrad. Bessere Waffen kannst du nur durch Eliminierung erhalten, okay. Probieren wir heute mal aus. Also man kann... Die Pump Shotgun ist im Spiel. Was? Ich bin am Ladestreen. Warum sind die Creative Server so viel besser als die Public Server? Sollte man nicht die Public Server besser machen als die Creative Server? Ich glaube, das wäre sogar relativ sinnvoll. Ja, so vom Ding her irgendwie. Kommt keiner mit, das heißt, unsere Waffen werden scheiße bleiben. Juhu. Da ist einer. Wo ist er? Bei mir. Wo denn? Da. Ey, ich hole ihn mir. Ja. Ey, flieht. Nur noch. Oh Gott. Was? Problems. Egal, alter. Ne, da ist noch jemand. Ich komme. Noch jemand auf. Wo sind die anderen beiden hin? Lass den Truck nehmen. Und, okay. Da. Ich bin noch drin. Hit. Non-Hit. Also zwei Headshots. Schild fasst weg. Schild break. Schild ist weg. Okay. Ich versuche hochzukommen. Ich habe keine Mets mehr. Oh, er kann auch nur bauen. Ja. Ah, der wurde gesniped. Juhu. Da ist ein zwei. Einer ist low. Beide haben Hit. Ich habe einen Shield break. Sehr schön. Noch ein Hit. Ich habe gar keine Mets mehr. Ich drop dir was. Ich habe auch nicht viel, aber hier ein bisschen Holz. Danke. Ich gehe mal ein Stück weiter runter, sonst schieße ich ein bisschen noch runter. Der eine hat noch einen Header. Der eine hat auch noch zwei Hits. Der andere hat zwei Hits. Der hat aber noch Schild. Der hat auch noch einen White-Hit. Oh, ey. Ich habe gar keinen Aim gerade. Ja, lass lieber in die Zone, oder? Ich markiere schon mal. Was hat er? Das Auto ist doch fast kaputt, aber... Ja, egal. Es ist fast kaputt, das hat noch mehr als die Hälfte. Ja, aber es glüht quasi. Wir müssen jetzt aber erst mal in die Zone kommen. Ich höre noch ein anderes Auto neben uns. Ja, ignoriere, ignoriere. Oder ja, versuch die irgendwie wegzuhalten von uns. Wir haben nicht 4 HP. Ich wurde getroffen. Lass sie aussteigen. Lass sie aussteigen. Okay, es hat gerade total gelegt. Die sind auch raus, die pushen. Ich sehe sie nicht. Sind die da? Ja, das sind die. Kommt noch welche von hinten? Schnell, schnell. 6, 4. Ach, Mann. Ist egal, ich nehme deine Karte. Dann nimm den hier mit oder so. Und dann... Ich habe hier. Psst. Hallo. Ich habe eine Pistole. Ja, da hinten ist noch die Pump. Ich glaube, sieht der mich? Weiß ich nicht. Und darauf an, wie schnell du bist. Pump. Farmers. Für beides 0 Schuss. Echt? Und kein Heal. Ich habe 4 Schuss in der Farmers und 5 in der Pumpkan. Und hier war auch irgendwo noch Heal, glaube ich. Dankeschön. Ja, habe ich eingesammelt. Die wissen jetzt halt unsere Position. Es war dumm, dass ich geschossen habe. Ja, ich habe eh... Die kämpfen, die kämpfen, die kämpfen. Was, die kämpfen? Einer ist rausgegangen. Okay, es sind nur noch wir jetzt. Da ist gerade einer langgelaufen. Sollen wir hin? Ne, ne. Ja. Na, oder? Die pushen uns. Okay, wenn wir es. Wow. 2-31er-Hit der links. Blau. Wo ist der andere Typ? 45er-Hit hat. Der eine, den du anschießt. Anderer ist frei. Der ist frei. Der ist frei. Der ist frei. Der ist shield-break. Der da oben. Perfekt. Sollen wir pushen? Sollen wir hin? Ja, komm. Achtung. Oh, das war dumm. Die haben sich gehealt. Ich bin tot. Ja, das war's. Ich habe keine meds. Der eine ist shield-break. Ich habe keine meds. Ja, ich habe nichts. Ich kann nichts machen. Das ist der MP-Sprayer. Und der eine hielt sich. Ja, das war's. Nein, versuch nicht, mich zu reviven. Ja, versuch ich auch nicht. Aber ich kann nichts machen, weil ich keine meds habe. Wie die spielen, ey. Der hat die ganze Zeit... Schlimm. Und sich dann noch freuen. Ekelhaft. Einfach ekelhaft. Ekelhaft. Untertitelung des ZDF, 2020